ein hallo von mir meine lieben heute zeige ich euch eine wunderschöne neue qualität die bei uns eingetroffen ist und zwar ist das ein kopro in vielen verschiedenen farben beziehungsweise eigentlich sind es nur vier ich starte mal mit diesem schätzchen dieses kopro ist wunderschön für leicht fallende mode wie blusen tuniken kleider es ist es hat ganz matten samtigen touch und hat so ein bisschen was vom 40 oberfläche hat aber von ihnen relativ glatten griff und fällt fällt so gut wie diskose hier habe ich eins in alt rosa wirklich eine wunderschöne dezente farbe dann kommt hier lila man sieht auch so dass changiert ein bisschen so mit dem licht aber richtig richtig toll dann haben wir hier petrol richtig petrol blau und kaki beziehungsweise glaube ich army heißt es aber es ist ein schönes oliven ton kaki tun wirklich wunderschön für sämtliche blusen tuniken und kleider